Was ist das günstigste Produkt, das man bei Gucci kaufen kann? Weil Gucci ist teuer. Alleine diese Tasche kostet knapp 3000 Euro. Nach einer anstrengenden Suche nach dem billigsten Produkt bei Gucci habe ich einen Nagellack gefunden. Warum sollte ich etwas kaufen, was ich gar nicht brauche? Nach zwei Tagen lag das Paket da in meinem Briefkasten. Obwohl es das günstigste auf der Webseite war, hat es trotzdem 46 Franken gekostet.